Freunde, heute spielen wir, das ist nicht mein Robloxien. Eigentlich ist das das gleiche wie das Spiel, das ist nicht mein Nachbar. Und in diesem Spiel haben wir als Sicherheitsmann gearbeitet und mussten die Aliens herausfinden, die probiert haben ins Gebäude zu kommen. Das bedeutet, wir müssen herausfinden, wer wirklich ein normaler Robloxien ist oder welches Alienmonster sich als Robloxien nur ausgibt. Los geht's, die erste Person kommt hereinspaziert. Schönen guten Tag und oh, es ist der Bilderman. Okay, wir haben jetzt einmal den Ausweis, das ist anscheinend David Baumeister, alles klar. Und wir müssen jetzt checken, ist das wirklich ein Robloxien oder ist er ein Monster, der sich nur ausgibt als Roblox. Okay, David Baumeister 302, ich bin ein Bewohner des Gebäudes, ich komme aus meinem Job als Tischler. Okay, das schauen wir uns genauestens an und steht der denn auch auf der Liste und oh, er ist nicht auf der Liste, Freunde. Das ist ziemlich sass, ich würde sagen, wir fragen mal. Okay, Ausweis würde ich sagen, check, passt, aussehen, check. Okay, aber auf der heutigen Liste ist er nicht und deswegen würde ich sagen, wir fragen die Person. Bin ich nicht auf der Eintragsliste? Überprüfen Sie es noch einmal. Äh, ich überprüfe es nochmal. Nö, nö, hier ist kein Bildermann, hier ist kein Bildermann. Das bedeutet, Freunde, Notfall. Wir müssen den Knopf drücken und müssen 1188 dranrufen. 1188 und dann wird er beseitigt. Okay, hallo? Eine Sechser-Schicken-Nuggets-Box bitte. Und, oh, hallo, du hast dich mit dem CAT verbunden. Eine Gruppe von der Gänse wurde zu deinem Gebäude geschickt. Bitte warten Sie, bis die Klon-Extraktion abgeschlossen ist. Okay, ähm, trinke ich meine Schicken-Nuggets? Okay, Klon-Extraktion abgeschlossen. Oh, und er hat die jetzt beseitigt. Was auch immer mit ihm passiert ist, aber das ist nicht meine Aufgabe. Tschüss. Wie er direkt weg geht und, okay, da ist die nächste Person. Hallo, schönen guten Tag. Einmal Ausweis bitte. Fehlschlagen Mai. Okay, schöner Name, muss ich sagen. Hier sieht auch das Katzensymbol, das ist wichtig. Äh, auch hier ist das Katzensymbol. Fehlschlagen Mai. Okay, sieht sie gleich aus. Ja, das Bild passt. Ich bin ein Bewohner des Gebäudes. Ich lebe auf der Etage 1. Wohne 1001. Okay, hier haben wir unsere Dokumente. Etage 1, ähm, hier. Okay, ja, genau, passt. Miss Mai. Nur ein Mädchen aussehen. Blondes Haar. Fröhliches Gesicht. Dreh Kopfhörer. Schädel-T-Shirt und Schädel-Einstapfen. Äh, ich hab keine Ahnung, was das bedeuten soll. 3-2-0-2 ist, äh, die Ausweisnummer. Checkt mir das Ganze mal nach. 3-2-0-2. Sieht gut aus. Ich bin aber auch auf der Liste und... Nein, sie ist auch nicht auf der Liste. Auf der heutigen Liste, ähm... Bin ich nicht auf der Eintracksliste? Da muss etwas schief gehen. Ich sollte auf der Liste sein. Überprüfen Sie es doch mal. Nö, 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 nö. Sie kommen hier nicht rein. Wir rufen direkt hier, zack, wieder die Nummer an. Denn, Freunde, unser Ziel wird es sein, nur die Robloxians ins Gebäude zu lassen. Und am Ende werden wir sehen, wie viele davon richtig waren und wie viele wir, ähm, ja, falsch leider, ähm, nicht reingelassen haben ins Gebäude. Aber wir werden unser Bestes geben als Sicherheitsmann. Und Klonextaktion abgeschlossen. Düp-dup-dup-dup-dup. Wie immer so nach hinten gehen. Okay, bis jetzt hatten wir nur böse Monster anscheinend am Start und kein echten Robloxchen. Was ist mit dem... Jane Speck. Okay, hallo Jane Speck. Oh, seht ihr die Haare, Freunde? Sie haben andere Haare auf dem Bild. Okay, das ist schon ziemlich sass. Jane Speck. Ich bin ein Bewohner des Gebäudes. Ich komme aus meinem Job als Koch. Okay, aha. Das sieht gut aus. Ist die auf der Liste? Ja, Jane Speck. Apartment 204. Okay, dann würde ich sagen, zweite Etage. 204. Ja, sie wohnt tatsächlich hier. Specker. Was ist Specker? Sieht so wie Specker aus. Okay. Lächelt. Blaue Jacke und weißes Hemd. Ähm, okay. Blaue Jacke, weißes Hemd. Sie lächelt und hat Specker. Und sie wohnt mit John Bacon sogar hier. Oh, was ein schönes Paar, muss ich sagen. Oh, sie haben sogar eine Telefonnummer. 0204. Okay, Freunde. Wir machen jetzt 200 IQ. Wir ruft an. 0204. Und wir fragen mal den Mann, ob ihre Frau zu Hause ist. Und vielleicht ist es ja wirklich ein Alien, der sich nur als Miss Speck abgibt. Hallo, John Bacon spricht. Yo, John Bacon. Was glaubt man? Jane Bacon ist nicht zu Hause. Okay. Das bedeutet, sind sie zurück? Ich würde sagen, wir lassen sie durch. Viel Spaß im Gebäude. Und ich hoffe, es war kein Monster. Eww. Wer ist? Eww. Oh mein Gott. Okay. Okay. Nein. Ich rufe direkt die Polizei. Ich rufe direkt die Polizei. Was ist das? Das war ein Alienfreunde. Das hat man direkt erkannt. Und es war kein echter Robloxian. Uuuuh. Was redet der da? Ich verstehe dich nicht unter deiner Maske. Aber, okay. Guter Job. Nächste Person. Hallo. Schönen guten Tag. Okay. Ausweis. Hallo, hallo Mike. Meister Mike ist das anscheinend. Okay. Soweit passt alles. Auch mit dem Kostüm. Oh, ja. Sieht alles in Ordnung aus, würde ich sagen. Meister Mike. Ich bin ein Bruder, das Gebäude ist. Ich lebe auf der Etage 3. Okay. Dann schauen wir mal in die Akten rein. Ob er auch wirklich lebt. Meister Mike. Aussehen. Tragt immer einen dieser Saurierhut. Lächelt. Schwarzes Haar. Und grünes Hemd. Ja. Ja. Das sieht gut aus. Das passt auf jeden Fall. Aber ist er noch auf der Liste? Ähm. Er ist auch auf der Liste. Okay, Freunde. Ich glaube, es sieht gut aus. Sie können rein. Sie können rein. Viel Spaß im Gebäude. Ich bin gespannt, ob wir was richtig gemacht haben. Hallo. Schönen guten Tag. Schöne Katze haben Sie da. Dennis täglich. Schönen guten Tag. Mit der Katze sogar. Auf dem Passfoto. Ist das Ganze erlaubt? Ich weiß es nicht. Aber es ist nicht mein Problem. Wohnung 103. Wohnt in der Wirklich. Dennis täglich. Er ist Tierarzt. Achso. Braunes Haar. Trägt immer eine Katze. Okay. Ähm. Was, wenn die Katze mal auf Toilette muss? Aber. Ähm. Okay. Ich hinterfrage es nicht. Blaues Hemd. Zunge heraus. Lieb Katzen. Okay. Die Zunge ist raus. Er liebt Katzen. Ja. Das macht alles Sinn. Und er steht auf der Liste. Freunde. Viel Spaß mit Ihrer Katze. Ich hoffe, bis jetzt haben wir keinen einzigen Fehler gemacht. Oh. Hallo. Hallo. Albert Flamingo. Okay, Freunde. Sieht bis jetzt alles gut aus. Hat er auch wirklich diese Glubsch-Augen und zwei Zähne. Glubsch-Augen, zwei Zähne. Ja. Cowboy-Hut. Und er wohnt, warte mal, Etage 1, Wohnung 103. Da wohnt doch, ah, mit Dennis. Er wohnt zusammen da. Okay. Und er ist ein Cowboy. Er ist kahl. Okay. Immer ein Hut. Overall. Schreckliches Lächeln. Großer Bauch. Eyo. Also, das steht da nur über sie, ne? Ähm. Ich hab ihr nix, äh, gesagt. Und er ist, er ist sogar tatsächlich auf der Liste. Okay. Ich lass hier durch. Viel Spaß mit Ihrem Mitbewohner Dennis. Okay. Und, oh mein Gott. Ist das normal? Erst auf der Liste. Jared or Orange, man. Wo ist der Ausweis? Wo ist der Ausweis? Aha. Ich hab ihn vergessen. Ja, ja. Das ist ziemlich sass. Muss ich sagen. Jared or Orange, man. Ja. Okay. Man erkennt doch gar nicht, was mir passt vorne. Wenn er ne Sonnenbrille auf hat. Und ne, äh, Oktopus. Aber, er ist ein Gewohner des Gebäudes. Er ist ein Orangenbauer. Aha. Was ist ein Orangenbauer? Wohnt ihr im Apartment? Ja. Jared or Orange, man. Hat immer einen Tintenfischhut auf. Schwarzes Haar. Tragt eine Sonnenbrille. Schwarzes Hemd. Und gerades Gesicht? Okay. Er hat ein gerades Gesicht. Ja. 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 Er schaut nicht so nett aus. Okay. Schwarzes Haar. Ähm. 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 Gehen Sie rein. Gehen Sie rein. Komm. Komm. Hauen Sie ab. Und. Oh. Hallo. Schönen guten Tag. Okay. Vom Aussehen passt das ganz. Elias Skizze. Die nächste Person. Ähm. Und er kommt als Lebensretter. Okay. Steht hier auf der Liste. Ja. Perfekt. Und er wohnt in Apartment 203. Elias Skizze. Okay. Blondes Haar. Lächelt. Trägt eine Sonnenbrille. Orangenes T-Shirt. Sieht gut aus. Es sieht alles gut aus, Freunde. Aber. Wie ist das? Freunde. Vielleicht werde ich mich ja sogar selber im Spiel schnappen. Oh mein Gott. Ich bin Gamer. Ich bin Gamer. Wie cool, Freunde. Ähm. Achso. Sie warten immer noch. Tut mir leid. Tut mir leid. Ja, ja. Sie können durch. Ich hab den schon ganz vergessen. Oh mein Gott. Wer ist das? Das ist der Milkman. Oh mein Gott. Von That's Not My Neighbor. Vom originalen Spiel. Franziskus Milchmann. Schönen guten Tag. Ähm. Okay. 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 Franziskus Milchmann. Ich bin ein Bewohner des Gebäudes. Ich komme aus meinem Job als Milchmann. Aha. Das hätte ich nicht gedacht. Ähm. Sie heißt noch Milchmann. Okay. Ähm. Er wohnt in Apartment 102. Ja. Müde Augen. Leichte Stirnrunzel. Trägt immer einen weißen Hut. Weißes Hemd. Und trägt eine Schleife. Mhm. Müde Augen. Ja. Äh. Sie sollten mal vielleicht schlafen gehen. Und. Er ist nicht auf der Liste. Er ist nicht auf der Liste. Ähm. Notfall. Oh mein Gott. Nimm den fest. Nimm den fest. Polizei nimmt ihn mit. Ja. Hilfe. Hilfe. Schnell. Wir rufen ihn sofort an. Bei CAT. Bei CAT rufen wir an. Genau. Wir haben uns mit CAT verbunden hier. Zack. Let's go. Und er wird geschnappt. Ja. Vielen Dank. Warte mal. Was? Sie war doch gerade eh mit. Oh mein Gott. Haben wir gerade eben die richtige Person reingelassen? Oder die falsche? Das werden wir sehen. Okay. Jared Orange. Eigentlich egal was wir machen. Wir dürfen ihn eigentlich nicht reinlassen. Wir haben ihn ja gerade schon reingelassen. Aber. Okay. Er ist ein Holzfäller. Oh nein. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Hatte der andere vielleicht einen anderen Beruf? Orangefarmer. Nein. Er ist Orangefarmer. Das bedeutet. Oh mein Gott. Er hat einen falschen Beruf angegeben. Und er ist der falsche. Er ist der falsche. Let's go. Also hoffe ich zumindest. Aber statt ein anderer Beruf. Das bedeutet. Er muss ein Alien sein. Welcher sich nur als Robloxien ausgegeben hat. Ah ah ah. Du kommst mir nicht ins Gebäude rein Kollege. Ne ne ne. Ey yo. Noob. Noob. Wo ist es geht ab? Noob. Hallo. Noob. Er ist mit vornem Noob. Äh Noob. Darf ich mich vorstellen? Noob Noob. Okay Noob. Ich hoffe. Du bist auch der echte Noob. Und bist kein Faker. Noob Noob. Okay. 301. Ich bin ein Bewohner des Gebäudes. Ich lebe auf der Etage 3. Wohnung 301. Äh Noob Noob. Ist auf der Liste. Noob Noob. Okay. Das ist eigentlich ein Easy. Das muss eigentlich ein Easy sein. Ähm. Ähm. Wo wohnt der nochmal? Da. Noob Noob. Oh nein. Er wohnt ganz alleine. Er hat keinen Mitbewohner. Präsident. Oh. Schönen guten Tag Herr Präsident. Karl. Okay. Glatze. Lächelt und blaues Hemd. Ja. Ja. Eigentlich passt alles. Äh. Ist er aber wirklich Präsident? Junge. Also in echt ist er ein Präsident. Aber aus seinem Ausweis steht halt. Warte mal. Wir fragen mal. Ähm. Wir fragen mal mit seiner ID. Vielleicht antwortet er. Meine ID. Ähm. Okay. Freunde. Sollen wir durchlassen? Ich meine. Es steht zwar hier nicht Präsident drauf. Oder. Freunde. Komm. Komm. Wir lassen ihn durch. Komm Noob. Komm. Ich hoffe du bist der Richtige. Ich hoffe du bist der Richtige. Ich habe heute einen guten Tag. Let's go. Und. Wow. Das war's. Okay. Freunde. Jetzt sehen wir. Wir haben 5 Klone gefangen. 0 Roblox-Seeds erledigt. Und 0 erlaubt. Das bedeutet. Wow. Was. Wir haben alles richtig gemacht. Und haben den Rang S. Aber Freunde. Ich warte noch auf eine ganz besondere Person. Ey yo. Wer bist du? Okay. Hallo. Äh. Centex Roblox. Okay. Ähm. Also eigentlich bin ich ja. Ähm. Nein. Nein. Egal. Okay. Wir checken alles ab. Centex Roblox. Ich bin ein Bewohner des Gebäudes. Ich komme aus meinem Job als Gamer. Ey yo. Centex. Okay. Freunde. Wir schauen mal. Er ist Gamer. Ja. Das stimmt. ID Nummer. 85042. Ähm. Okay. Okay. Ähm. 85042. Ja. Das stimmt alles. Und. Oh. Da bin ich auf der Liste. Apartment 601. Ähm. Genau. Das müsste Apartment 601 sein. 0601 haben wir sogar. Okay. Wart mal. Wir rufen mal bei uns selber an. Das bedeutet. Wenn ich jetzt der Echte bin. Sollte hier keiner dran gehen. Weil ich ja nicht zu Hause bin. Okay. Ich bin gespannt Freunde. Hallo. Sprichst du? Sind sie zurück? Warte. Was? Centex Roblox ist nicht zu Hause. Hä? Sind sie zurück? Wer redet denn da mit mir? Hier wurde doch nur Centex Roblox. Komm. Centex Roblox. Ähm. 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 Ja. Wir müssen dich durchlassen. Wir lassen dich durch. Komm. Ich will dich Glück noch bei dir drin. Wie cool war das denn Freunde? Wir waren einfach im Spiel einfach. That's not my Roblox hier hin. Adam Gross. Okay. Ist am Start. Ähm. Okay. Und er ist LKW. Händler. Und wohnt Nummer 3. Apartment 304. Äh. Warte. Der wohnt hier gar nicht. Ah. Hier. Okay. Okay. Warte mal. Adam Gross und Preston Gross. Er hat einen Bruder. Warte mal. Adam Gross ist LKW-Händler. Ja. Das stimmt. Maulwurf auf der rechten Wange. Oh. Maulwurf. Das ist ein Mutterball. Das wird mit Maulwurf übersetzt. Aha. Okay. Lächelt. Äh. Keine Haare. Weißes Hemd. Und trägt immer ein Bedäner. Sieht gut aus. Es sieht eigentlich ja soweit gut aus. Ist auf der Liste. Er ist auf der Liste. Adam Gross. Tatsächlich. Viel Spaß. Viel Spaß im Gebäude. Noob. Ist er irgendwie größer geworden oder sowas? Ey. Gib mir gar nichts. Ich gebe mir gar keine Papiere. ID und Aussehen, Kollege. Und hier alles. Ich kreuze alles an. Noob. Was ist mit meinem Aussehen? Ja. Du siehst heute wunderbar aus. Wieder. Ja. 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 Du hast alles vergessen reinzulegen. Komm. Komm. Gib mir Ausweis. Noob. Noob. Ähm. Die Nummer merken wir uns jetzt auch mal nicht. Noob. Noob. 301. Ich bin ein Bewohner des Gebäudes. Äh. Okay. Eigentlich ist der Noob der einfachste. Er hat ein ganz normales Aussehen. 4258. Okay. Joa. Das sieht gut aus. Die Nummer passt auf dem Ausweis. Und er steht auf der Liste. Wieso schaut der mich so an? Als hätte er in die Hose gemacht. Aber Noob. Gehen sie rein. Gehen sie ins Gebäude rein. Muss ich sagen. Ich hoffe, es war kein Fehler. Aha. Hallo. Sie schon wieder. Äh. Fehlschlangen Mai. Ja. Ja. Hier passt alles. Äh. Apartment 101. Okay. Dann schauen wir mal, ob sie da wirklich wohnen. Miss Mai. Blondes Haar. Fröhliches Gesicht. Drehkopfhörer. Okay. Okay. Aber. Freund, das ist doch kein blondes Haar. Das ist doch pinkes Haar. Hatte sie das vorher auch? Oder? Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Also hier steht blondes Haar eigentlich. Dass die blondes Haar hat. Wir fragen sie mal. Mit ihrem Aussehen. Und. Ähm. Was ist los mit dem Aussehen? Ich sehe aus. So wie ich immer tue. Wollen wir sie durchlassen, Freunde? Oder nicht? Ich würde sagen, Freunde. Wir lassen sie nicht durch. Wir können sie nicht durchlassen. Da stand blondes Haar. Und sie hatte kein blondes Haar. Sie hatte pinkes Haar gehabt, Freunde. Ihr habt das alle gesehen. Okay. Ich hoffe, das war kein Fehler. Aber wir werden es am Ende auf jeden Fall sehen. Ob wir alles richtig gemacht haben. Jo. Vielen Dank. Nach der Arbeit gehen wir bei den Töner. Es wird. Wer bist du? Sag ich, das ist jetzt der Noob. Das ist der Noob? Ey, jo. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Noob. Nein. Du bist nicht der Noob. Junge. Was war das für ein Outfit? Der echte Noob. Den echten Noob haben wir schon reingelassen hier. Zack. Wir rufen wieder an hier. Ja. Tut mir leid. Dass ich wieder angerufen habe. Aber. Jemand muss ja hier die Arbeit machen. Jo. Alles klar. Hau rein, Jeff. Hau rein, Kollege. Nächste Person, bitte. Oh, der Milchmann wieder. Franziskus Milchmann. Okay. Ja, er hat seine müden Augen wieder. Er ist ein Milchmann. Wohnt in dem Part. Müde Augen. Ja. 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 Das soll eigentlich alles passen. Das sieht alles gut aus. Er ist sogar, okay, auf der Liste. Okay. Sie können durch. Sie können auf jeden Fall durch. Und. Ey, jo. Wer bist du? Okay. Er hat ein tatsächlichen Haikostüm. Feldwirbel super. Okay. 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 Sieht gut aus. Äh. Part mit 303 wohnt er. Wohnt er da auch wirklich. Feldwirbel super. Tatsächlich. Trinkt immer einen Haifischhut. Lächelt und blaues Hemd. Er lacht. Blaues Hemd. Jo. Ist auf der Liste. Jo. Sie können durch. Viel Spaß. Und ich hoffe, er ist nicht wirklich ein Hai oder sowas. Ey, jo. Ihm fehlt der Hut, Freunde. Ihr seht es. Er hat keinen Hut auf. Das bedeutet, wir haben gerade den richtigen reingelassen. Und das ist der falsche. Er gibt sich nur als Milchmann aus. Und er ist kein echter Robloxien. Okay. Perfekt. Wir haben den nächsten Klon wahrscheinlich herausgefunden. Oh. Sie ist schon wieder da. Hier. Jane Speck. Ah. Okay. Okay. Jane Speck. Äh. Ja. 204. Sie ist Koch. Okay. 204. Und Jane Speck. Sie ist Koch. Okay. Speck Haar hat sie. Lächelt. Blaue Jacke. Und weißes Hemd. Oh. Das sieht gut aus. Aber sie hat diesen Zopf nicht, Freunde. Wieso hat sie diesen Zopf nicht? Ähm. Aber ich glaube. Ich glaube. Ist es egal, oder? Dass sie diesen Zopf nicht hat. Ist sie auf der Liste? Okay. Sie ist auch auf der Liste, Freunde. Können wir mal wegen ihrem Aussehen fragen? Ich sehe aus wie immer, sagt sie. Ja. Dann gehen sie rein. Ich glaube ihnen. Ich glaube ihnen einfach. Es wird schon stimmen. Och. Der Tintenfischtyp wieder. Nicht. Oh. Jared Orangeman wieder ist es. Aha. Und der ist Orangenbauer. Okay. Das bedeutet. Das ist ja schon mal richtig. Auf jeden Fall. Part 102. Hat immer ein Tintenfischhut. Schwarzes Haar. Sonnenbrille. Hemd. Ja. Das sieht gut aus. Und. Er ist auf der Liste. Da würde ich sagen. Check. Check die Check. Rein mit ihnen. Rein spaziert. Und viel Spaß im. Wow. Gebäude. Was ist das? Nein. Nein. Das check ich gar nicht erst. Das check ich gar nicht erst. Direkt weg. Direkt weg. Das war auf jeden Fall kein echter. Roblox hier. Das kann ja wohl nicht sein. Und. Okay. Er wurde erfolgreich beseitigt. Let's go. Wow. Oh mein Gott. Okay. 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 Jetzt kommen die ganze Zeit irgendwelche Aliens rein oder sowas. Da check ich gar nichts nach. Da brauche ich gar nichts zu checken. Warte mal. Oh nein. Der war doch gerade eben schon hier. Ich hoffe. Das müsste jetzt eigentlich der Klon sein. Oh nein. Das sieht aber alles aus wie immer. Er hat sein Haifischkostüm auch. Äh. Wohnt in 303. Oh nein. Haben wir gerade eben einen Fehler gemacht. 303. Veteran ist der. Trägt immer ein Haifischhut. Lächelt ein blaues Hemd. Lächelt blaues Hemd. Trägt ein Haifischhut. Oh nö. Oh nö. Seine ID Nummer 239 bla bla bla. Ähm. Check mir das Ganze mal ab. Nein. Was soll er tun? Das sieht alles richtig aus. Aber wir haben doch gerade eben schon ihn reingelassen. Okay. Warte mal. Ruf mal an. Telefonnummer der Wohnung. 03030. 030. Äh. 030. Warte mal. Wie war die Nummer? War die richtig? Hallo. Sergeant Super spricht. Ähm. Ich und Meister Mike sind beide zu Hause. Wir erwarten niemanden. Okay. Freunde. Ich würde sagen. Ich weiß zwar nicht wieso. Kollege. Ey. Es sieht so traurig aus. Es tut mir leid. Ey. Ich muss. Ich muss. Ich kann. Ich muss dich rauskicken. Ich habe gerade eben schon einen reingelassen. Ihr Freund. Ich hoffe. Ich habe keinen Fehler gemacht. Ich hoffe. Ich habe keinen Fehler gemacht. Haifigmann war. Und ich einen falschen Klon reingelassen habe. Ah. Dann haben wir auf jeden Fall ein Problem. Aber. Das Ganze werden wir gleich sehen. Oh. Oh. Warte mal. Warte mal. Seine Mutter mal. Adam Groß. Okay. Das ist der Bruder. Adam Groß. Ich bin Bewohner des Gebäudes. Er ist LKW Händler. Ähm. Warte mal. Wo wohnst du Kollege? Wo wohnst du Kollege? 304. Okay. Er ist wirklich LKW Handler. Ja. Er hat da seine Mutter mal. Lächelnd. Ja. Sieht gut aus eigentlich. Und. Er ist auch auf der Liste drauf. Ja. Okay. Ähm. Viel Spaß. Viel Spaß wünsche ich Ihnen im Gebäude. Das war's. Wow. Katze. Okay. Wie viele haben wir richtig gefangen? Wir haben fünf Klonen gefangen. Wir haben einen Roblox hier nur erledigt. Ah. Und haben einen reingelassen. Okay. Adam hatte eine falsche ID-Nummer. Naja. Passiert. Ich glaube unser Job als Sicherheitsmann war trotzdem super gut. Like und Like nicht vergessen. Oder würde ich sagen. Freunde. Sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.